So, mal schauen, wie wir das heute schaffen, ne? Na, dieses Mal bin ich auch nicht mit zu essen abgedenkt, also mal schauen. Okay, ich lieg schon wieder. Ich hab gerade ein Muniz und ein Schuss gewehrt. Alles gut. Ja, zu den Schuss. Mhm. Ja. Ich geb mir die Muniz auf die Großen auf. So, die Schuss, wie ich rot habe ich. Ähm, und? Dann lass uns mal ganz kurz gehen. Mhm. Äh, 25 Schuss, die Pistole. Ja. Das ist noch mal was. Das ist noch mal was. Ich lieg schon wieder. Kannst du mich hochheben oder so? Okay. Sehr schön. Nein. Oh. Oh. Ich hab' den Raserei. Ich hab' den Raserei. Warte, ich komm gleich. Ich hab' den Raserei drin. So, ich bin da. Ja, der hat ja auch grad Raserei. Ja. Mensch, jetzt liege ich. Ich hab' den Raserei weggemacht. Ich mach' schnell respawnen, falls du jetzt sterben solltest, ne? Ich hab' mal irgendein Kreis oder so, dass die, die ich nicht kriege. Oh, stopp. Fuck, mir ist beim Weg jetzt reint. Ja, mach' das nur. Ich lieg schon wieder. Kannst du mir hochheben oder will das nicht? Gut, schnell weg hier. Hey, du bist tot, oder? Ja, du bist echt sterben. Gut. Oh, Mist hier. Gut. Oh Gott. Ich hab über 30 Schuss in die Tote. Ah, sehr schön. Versuch mal mit mir zu bleiben. Ja, mach ich. Neben mir die Kilo hast du keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich lauf um kurz weg. Gut, bis wir können. Nein. Oh, gespawnt fast tot. Ja, das geht hier so schnell, ne? Was ich halt nicht gut finde, sind diese dicken Zombies, die halt solche Spezialkräfte haben. Wir hier Feuersprungen oder sowas. Ich mach eher so Zombies wie bei uns. Die halt so schön langsame, schwache... Mist. Ich krieg schon wieder. Gut, ich hab gerade Medi-Pret gefunden. Versuch mal respawn, ja. Oh. Ich sterben, ne? Äh, Peti, brenn. Ich lebe wieder. Sehr schön. Ich lebe wieder. Ich hab's gehört auch immer 10 Schuss. Gut, das ist schön. Mist, ich bin schon wieder. Nicht sterben, falls ich ehrlich bin nicht. Nehmen wir auch schon mal schnell ein wenig jetzt. Ich hab nichts mehr leider. Okay, ich lieg. Nicht sterben. Oh, du kannst mir hochhelfen. Das würde ich schneller reden, glaube ich. Den dicken Feuerspeuer, da hab ich fast tot. Okay. Sehr schön. Okay. Einschlapp, wo du kommst oder lauf? Was? Oh, endlich mal. Sehr schön. Oh, nichts. Du bist du, James. Und nicht schlapp den Hörern. Ich bin, ich bin, ich bin auf jeden Fall. Das ist immer noch ganz der Falle. Das ist doch nicht so gut. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wo kommen die hier drinnen her? Wir sind gerade über den Zug angekommen, warum sind hier Zombies drin? Sie haben versucht, die Station zu schrauben. Oh, komm mal! Ja, anderem Weg, ne? So, Tür ist auf. Was ich bräuchte, wäre mal wieder eine Werkbank. Ich suche das Ventil, um das Wasser auszudrillen. Ich bin einfach schnell durchgerannt. Na gut. So überlebt man auch. Strommodell dicht. Hm. So. 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 Hinter uns, da muss Wasser werden, brauchen wir Wasserfüllen, das ist da Boah, hier ist ein Wasserventil Ne, wir brauchen einen Kanister um das Zeilen zu schütten, einfach nur Das konnte ich mir wieder wenigstens herstellen, aber nur 3 Also 3 Stück und, naja egal Ups Ok, das Ventil wird wohl auch geholfen Du bist du? Oh 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 Ja Dann mal los, ne? Ja Dann mal los, ne? Ach, plat omen, goed Oh Oh, fuck Dann mal los, ne? Oh Mein Hammer hier macht immer viel Schaden Wo bist du? Da Warte Der Hammer macht gerade 931 Schaden Ist das noch klar? Ja Lass mal durch Ja, ich hab 15 Schusses Gewehr Mhm Das ist gut Weißt du, dass ich mit dem Zombie, wenn ich ihn auf dem Kopf treffe, wohnschab machen kann Ja Das ist quasi 15 Zombies kann ich nicht erledigen Wenn ich immer den Kopf treffe Ah, das ist gut Ah, hier, kommst du? Hey Hey Du hast es geschafft Du hast es geschafft Tough trip No time for a deep breath We got a mob on our tail Es ist ja wieder ein geiler Hm Hm Ich kann nicht machen, nicht da oben Patton, hör auf mich Every movie hat diesen Moment The Hero Es ist testiert In der schlimmste Weise Aber sie immer wieder durch Ich glaube in dich Komm schon Wir machen das zusammen Komm schon Wir machen das zusammen Dude Ich versuche zu helfen Ich versuche auf einen Schaden ZOMBIEZ Ich dachte, er hat den Ausbruch angefangen. Was? Was? Every fucking time! Ich war so dum. Jetzt ist er in ein Lab hier, hier zu tun. Alsbald wir hier raus, werden wir die Armee sagen, und sie können ihn nabeln. Das funktioniert für mich. Let's go! Das? Das ist nicht richtig. Die Helden nicht weggehen. Sie sehen Dinge durch. Real life ist nicht wie die Filme. Du denkst, dass ich das nicht weiß? Die Filme zeigen uns, wie wir sein können. Wenn wir bessere Menschen sind. Sam, sagst du ihm nur? Sam! Er ist aufgerissen. Wir müssen ihn raus. Komm schon. Nein. Ich bleibe hier. Es muss sein, was diese Zeit anders ist. Hollywood Boulevard. Wie lange habe ich gegeben, was ich gegeben, was ich für meine Namen auf die Walken gewonnen habe? Ich bin so geforscht auf die Dorf. Ich verloren, was ich wirklich wichtig war? Du und ich, beide? Emma. Wir sind hier schon hier. Ich bin sorry, aber wir können ihn nicht riskieren. Shh. Ich weiß. Du bist richtig. Ich kann nicht weg von diesem. Das ist nicht mein Stil, insofern. Ich verrufe. Ja. Das ist ein Hollywooder Ende. Geh zurück in der Zeit. Geh zurück in der Zeit. Nicht weg ohne mich. Und schau mal für den Sniper. Hey! Ich glaube in dir. Aber du wirst nicht wissen, was ich bin. Okay, Doctor. Du und ich haben eine Routine-Routine. Ich werde sie schützen. Warum würde Ruben bringen Tisha hier? All diese Glitz. Das macht Sinn. Ich bin ich zuerst. Tisha hat ihre Flanken gesunden. Sie hat nicht eine Einzelne Falt verloren. Willst du mit, oder was machst du da hinten? Max? Ich komme. Okay. Warum komm ich hier nicht mehr rüber? Keine Ahnung, ich glaub du warst schon drüben Ich geh zurück, weil ich fast gesehen hatte Wann was denn? Dann kommen wir nicht mehr rüber Erzähl doch Du wirst mich hier verarschen, ne? Wo warst du, Ruben? Ich kann gar nichts mehr machen Was ist das denn jetzt? Warum? Ich kann nicht mehr schießen, kann gar nichts mehr Vielleicht schon wieder ein paar Probleme wie vorhin? Wiss ich nicht Hast du das Spiel verlassen? Warte, ich zieh dich wieder bei Ja, versuch Ponga Ich hoffe, dass es dann gleich geht Mhm Und wenn nicht, dann binden wir es Wir heute Mal schauen Ah, jetzt kann ich wieder greifen Ah, gut Okay, ich zieh dich Ponga Wissen Anyone? T-Break-Over Sehr schön Tisha lay down cover Well, Ruben Made a way in This did a vote Someone moved it Mhm Wie kommen wir da durch? Kann ich auch noch Wir brauchen eine Karte Was sagst du? Da oben ist es offen Oh Ich hab gerade aufgemacht Hier rüber dann So Was? Ich hab mir auch noch gefallen Und wieder eine Schlüsselkarte jetzt Kann noch nicht so schwer sein Kann noch nicht so schwer sein Ah hier Ich hab mir die Karte hergestellt Ach ja, könnte ich auch mal machen Vielleicht wenn es geht Wenn es geht Nein, wir füllen Schimkordeon Nein, wir füllen Schimkordeon Name ist genug The only thing out of place Just that guy Hey Constant Hey Constant I found this just for you Hi Constant You need to see this You need to see this Was suchen wir hier? Keine Ahnung Irgendwie muss ich hier weiter reden Read Rinkle Cream Who would buy this crap? Wait Who would buy this crap? Ich bin mit dir... Hier ist irgendwo eine geilen Tür Das kann sein Das kann sein Das nicht mit dir Mhm Auch lieber wieder nach oben gucken Weil ich das wieder oben was liegt Was wir wo sehen Wie das ein war So, warte, ich laufe noch ein wenig raus und schaue, wo mich der richtige Punkt entführt. Ja doch, wir müssen da rein. Ist da was? Knopf! Oh, sehr schön! Versag dich Geheimgang! Ja! Ich wusste, dass was kommt! So, warte, hier hinten. Was machst du da? Ich hab grad ne Feuerwerkst gefunden. Ich muss genommen. Warte, mich? Du monst! Warte! Du verstehst! Du verstehst! Ich bin kein ZOMBIE! Was bist du dann? Ich weiß nicht! Aber du machst, nicht wahr? Du hast angefangen die Veränderung! Dad? Was hast du gemacht? Hey. Ich... Ich... Was hast du gemacht? Ich habe Millionen... ...zum zu sagen, Billions. Warum hast du die Stadt infectiert? Weil du so rare bist. Nur ein in ein Millionen wird ein Neumen. Ein autophage Hybrid. Ich... Ich kann nicht die Veränderung ohne dich. Die Veränderung ist schlimmer als die Krankheit. Nein! 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 Die Autophage ist ein Krankheit. All right? 25 Jahre ago... ... ich... ... ich... ...eine Kloch... ...hidden in unsere DNA... ...kontig nach... ...to der Tag unserer Extinction. Wenn die Kloch hits Zero... ... die Autophage wird erupt... ... in jeder Mann, Frau und Kind... ... auf der Erde. Ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... 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 Lachen mal, ne? In dem Video gerade eben war da dein Asse denn bei dir oder auch die, die ich spiele? Okay, also bei jedem der eigene. Bei mir wurde mal eine Kmalge angefragt. Das ist nicht so. Aber sie hat mir zwei Gäuble. Das ist nicht so.